Hallo, herzlich willkommen zum ersten Orgasmic Birth Talk. Ich bin Amira, ich bin Dula und ich begleite Frauen zur Geburt. Und heute möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, wieso es für uns als Frauen so schwierig ist, zu einer orgasmischen Geburt zu kommen. Genau, also wir müssen zuerst mal klären, was eine orgasmische Geburt überhaupt ist. Der Begriff assoziiert natürlich den Orgasmus wie beim Sex. Es ist aber bei der Geburt irgendwie ganz viel, ganz viel ist ganz ähnlich und irgendwie auch total anders. Der Begriff ist so unglaublich individuell, genauso individuell wie beim Sex auch. So ist für jede Frau Orgasmus komplett anders zu erleben und erlebbar. Was aber bei allen Frauen das gleiche ist, in den Beschreibungen ist, dass es lustvoll ist, dass es freudvoll ist und dass es sinnlich ist und dass es mit dem schmerzhaften, angstvollen, ja, schrecklichen Geburt, die man nur noch ertragen muss, nicht so viel zu tun hat dann. Genau, das alles schließt sich natürlich gegenseitig überhaupt nicht aus, aber ein ganz klarer Fakt ist, dass wenn wir in der Angst sind, wir keinen Orgasmus haben können. Genauso wie beim Sex oder überhaupt Lust empfinden können. Also wenn man zu sehr in der Angst ist, es ist auch einfach hormonell bedingt, dann werden ganz andere Hormone ausgeschüttet, mit denen es einfach schier unmöglich ist, eine freudvolle, lustvolle Geburt zu haben. Gleichzeitig birgt natürlich der Begriff Orgasmus eine ganz hohe Erwartungshaltung in uns, weil wir es ja mit unseren anderen bisherigen Orgasmen im Sexualleben vergleichen und die Geburt aber sowas anderes ist, als alles andere, was wir bisher erlebt haben, so dass es eigentlich totaler Quatsch ist, das miteinander vergleichen zu wollen. Was auch total interessant ist, finde ich, mir anzugucken ist, dass es statistisch viel, viel, viel mehr Frauen gibt, die von einer lustvollen, ja, orgasmischen Geburt erzählen, berichten, als wir alle zunächst denken würden. Das liegt daran, dass die Umfragen, die sonst bisher gemacht wurden, nicht immer anonym waren und Frauen, je nachdem, ja, aus was für einem Background die kommen, wie offen da mit Sexualität und diesen ganzen Themen umgegangen wird, oftmals das gar nicht zugeben würden, offen, dass sie das sehr wohl hatten bei der Geburt. Und also das ist der eine Punkt, dass sie es entweder nicht zugeben oder dass sie es selber gar nicht als sowas definieren würden, weil sie eben in ihrem Kopf Sex mit Orgasmen und Orgasmen nie mit Geburt in Verbindung bringen würden, weil es ihnen unangenehm und peinlich ist, weil für sie bei der Geburt, das ist ja was Heiliges, es geht um ein kleines Baby, ja, und da darf sowas schmutziges wie Sex nichts damit zu tun haben. Was natürlich Quatsch ist, denn ohne den Sex wäre es ja gar nicht erst zum Baby gekommen. Genau, also es gibt viele Gründe, weshalb es einfach in unserer Gesellschaft überhaupt nicht akzeptiert ist oder offen damit umgegangen wird, deswegen auch hier speziell diese Videos, dieser Orgasmic Birth Talk, ja, weil es mir einfach ein riesen Anliegen ist, das in das Bewusstsein reinzuholen von uns Frauen und auch von uns Männern, von den Männern, dass das selber möglich ist, dass es schön ist, dass es schön sein darf und dass daran überhaupt nichts schmutziges ist oder irgendwas ist. Ja, genau, also und zurück dazu, wir trauen uns auch ganz oft so ein Erlebnis gar nicht zu, weil wir auch niemanden in unserem Umfeld kennen, der offen sagen würde, hey, klar, meine Geburt war voll geil, die war voll lustvoll und es war fast wie ein Orgasmus, ja. Die wenigsten von uns haben solche Freunde oder Familie, Angehörigen, die da so offen drüber sprechen würden. Ihr könnt aber mal anfangen, rumzufragen. Traut euch einfach mal und kitzelt das mal so ein bisschen hervor bei Menschen, die jetzt nicht, bei Frauen, die jetzt nicht gerade eh eine totale Scheißgeburt hinter sich haben, sondern eine natürliche Geburt und irgendwie grundsätzlich so zufrieden mit ihrem Geburtserlebnis sind. Traut euch, die mal zu fragen, ganz genau zu fragen, wie war es denn wirklich unter den Presswehen oder auch davor? Gab es Momente, die vielleicht ein bisschen lustvoll waren? Es war ein bisschen, ja, zu öffnen, was dieses Thema angeht, denn das ist das Erste und Wichtigste an dem Ganzen, unser Mindset. Und der beginnt eben damit, dass wir anfangen, darüber zu sprechen. Okay, ich beende das hier, sonst wird es zu lang. Ich freue mich total über Kommentare von euch unten drunter, über einen Austausch, der auch stattfinden kann zu dem Thema, vielleicht auch eigene Erfahrungen, wenn ihr Lust habt zu teilen, was das Thema angeht. Ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass wir Frauen uns das wieder zurückholen. Okay, alles Liebe zu euch und viel Freude und ja, auf, auf zu neuen, wundervollen Geburtserlebnissen. Wenn du ein Baby im Bauch hast, musst du nicht glauben. Ich glaube, dass du dein Leben in dir fühlen kannst. Und das ist das Wichtigste für das Baby. 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 Und das ist das Wichtigste für das Baby.